Musik Wir widmen uns heute mit dem Titel Versunkene Schätze, dem Thema Retro-Digitalisierung und verwaiste Werke. Was dahinter steckt, ist einfach die Erkenntnis, dass wir fast mehr als 50 oder 60 Prozent aller unserer Werke schlummern haben in irgendwelchen Archiven, Bibliotheken etc. Und die Frage ist die, wie kommen wir an diese Sachen ran? Gerade in der Informationsgesellschaft, in dem Zeitalter eben das Internet, liegt es eigentlich auf der Hand, dass man da einen einfachen Zugang zu haben sollte, dass man nicht mehr also die Folianten irgendwo aus dem Keller herausorgeln müsste, sondern dass man die einfach bildschirmmäßig eben dargestellt bekommt und digitalisiert bekäme. So wäre an sich die schöne neue und einfache Welt, so wie man es sich vorstellt, der Quantensprung eben zur Informationsgesellschaft. Aber Sie werden sehen, dass es leider nicht ganz so einfach ist. Nun jetzt erstmal die Frage ans Auditorium, damit ich sozusagen nicht ins Leere hinein predige. Wer von Ihnen hat denn so ansatzweise wenigstens einen juristischen Hintergrund? Zwei. Gut. Dann würde ich Sie wirklich, ich bitte Sie ganz herzlich, einfach mich zu unterbrechen. Auch wenn es zu schnell wird und unverständlich wird, wenn es zu juristisch verquast wird oder Sie mit Paragrafen zugeworfen werden oder ähnlichen. Das ist so ähnlich, als wenn Sie die von der Quantenmechanik mal hören in Ihren Vorträgen und Sie nach zwei Minuten abschalten, weil dann die netten Integralformeln oder Ähnliches kommen, mit denen man nicht mehr mitkommt. So ähnlich kann es manchmal bei Juristen sein, wenn man zugeworfen wird mit Paragraf 52 Absatz 27a in der Fassung von, mit Ausführungsvorschrift und Durchführungsverordnung etc. Keine Sorge, wir sind hier nicht im Landwirtschaftsrecht oder im Weinrecht oder sonst irgendwas, sondern ich werde versuchen, das möglichst allgemeinverständlich Ihnen darzustellen. Aber nichtsdestotrotz, wenn irgendwas ist, bitte einfach Hand heben und fragen und dann werden wir versuchen, das zu klären. Also, Ausgangspunkt. Die Digitalisierung, wie gesagt, ermöglicht den Zugang zu Werken fast wie, eigentlich wie im Original. Gut, das fast wie steht hier jetzt dahinter, ist natürlich was anderes, wenn man so einen schönen alten Folianten mal in der Hand hat, irgendwie eine Handschrift oder ähnliches, ja, die ist ins Mittelalter ja hinein. Gut, so viel haben wir jetzt nicht hier in Göttingen, aber denken Sie an die Schätze, die die SOB beispielsweise hat, die sie in der Pauliner Kirche eben ausstellt, dann wissen Sie, was ich meine. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn man das auf dem Bildschirm hat. Nichtsdestotrotz, Neudeutsch, der Content, der Inhalt ist natürlich derselbe, den man da hat. Das heißt, die Digitalisierung würde uns das ermöglichen, dass wir eben diese Werke fast wie im Original auf dem Bildschirm eben sehen. Das Zweite, natürlich das Internet, das ist nicht gleichbedeutend mit der Digitalisierung, aber es ist klar, dass das Internet uns hier den weltweiten Zugriff auf alles eben ermöglicht. Das heißt, gerade für die Wissenschaftler eröffnen sich hier natürlich völlig ungeahnte Möglichkeiten, sowohl positiv als auch negativ, muss man auch dazu sagen, dass man also egal wo den Zugriff hat auf die US Congress Library und so weiter und so fort, kann mich noch daran erinnern, wie ich damals in den Urzeiten des Internets zuerst unterwegs war, noch mit diesem netten Kästchen namens Modem, das kennen Sie wahrscheinlich alle nicht, nur die Älteren unter Ihnen, ja, werden das noch kennen, nicht, wo man dieses nette Piepsen immer drin gehabt hat, nicht so ähnlich wie beim Faxabruf, nicht, und mich hat es damals fast vom Stuhl gehauen, wie ich plötzlich in der US Congress of Library drin war, 1989, ja, da haben Sie, wie gesagt, konnten Sie von Webbrowsern und so weiter nur träumen, ja, das war also eine fantastische, irre Welt und Internet war so ziemlich unbekannt. Auch bei meinem Bewerbungsvortrag hier damals in Göttingen 1996, ich weiß noch, wie heute es meine Kollegen mich fragten, worüber reden Sie da eigentlich, es ging um Internet. Gut, heute ist es selbstverständlich und wir haben den globalen Zugriff auf alles, vielen von Ihnen ist vielleicht die Europäaner durchaus ein Begriff, also der Versuch eben eine europaweite Bibliothek eben zu errichten, die alle eben diese Schätze, die gemeinfrei sind, das sind wir eigentlich schon beim ersten Stichwort, Ihnen zugänglich macht. Das heißt also, enorme Möglichkeiten, natürlich negativ gesehen ertrinkt man auch in einer Flut an Informationen, das wäre dann das nächste Thema, lieber Andreas, für einen anderen Vortrag, den wir gemeinsam halten könnten, nämlich der sogenannte Markt für Zitronen, das heißt nämlich, dass die guten Informationen aus dem Netz verschwinden und nur noch das Schlechte übrig bleibt. Aber das ist eine ganz andere Thematik und betrifft eigentlich eher das, was in Zukunft kommt, nicht das, was schon mal war. Diese Digitalisierung, kann man aber sagen, setzt breitflächig erst seit ca. 1995 ein. Diejenigen, die ein bisschen älter sind unter Ihnen, mögen sich selber mal fragen, wann sie angefangen haben, Texte auf dem PC zu schreiben oder irgendetwas in digitaler Form zu verbreiten. Die Jüngeren unter Ihnen, für die ist es vollkommen selbstverständlich, dass man alles auf dem PC macht. Aber unsere Eins hat sogar noch mal mit einer Schreibmaschine geschrieben. Das gab es durchaus und so kann man sagen und so setzt man es auch im Urheberrecht ein oder setzt man es an, besser gesagt, dass die Nutzungsart des Internet und die Digitalisierung erst seit 1995 letztendlich einschlägig ist. Das heißt, wenn Sie Verträge geschlossen haben mit Verlagen über Einräumung von Rechten, ähnliches, wenn es um Publikationen geht, geht man grundsätzlich davon aus, dass erst ab 1995 überhaupt diese Nutzungsart Internetveröffentlichung bekannt war. Nehmen wir es wiederum, verzeihen Sie mir, dass ich meine eigenen Beispiele heranziehe. Meine Dissertation zum Beispiel ist 1993 in einem bekannten deutschen Verlag erschienen. Da war diese Nutzungsart Internet noch nicht bekannt. Und das bedeutet, dass eigentlich der Verlag dann nach damaliger Lesart des Urheberrechts nicht meine Sachen veröffentlichen durfte. Auch bis heute eigentlich nicht veröffentlichen darf, denn ich habe ihm diese Nutzungsart nicht eingeräumt. Das ist grundsätzliches urheberrechtliches Paradigma, auf das wir gleich nochmal zurückkommen werden. Aber deswegen ist es wichtig zu wissen, ab dass 1995 so ein gewisser Wendepunkt war. Die Chancen für Bibliotheken, Archive, Wissenschaft brauche ich Ihnen eigentlich kaum weiter vor Augen zu führen. Nehmen Sie die Akademie der Wissenschaften, in denen ich auch zugange bin. Dort versucht man die großen langjährigen Forschungsprojekte mit sogenannten Wörterbüchern umzuwandeln in Portale, die natürlich jetzt nicht nur die Wörterbücher einfach eins zu eins als PDF oder sowas abbilden, sondern man geht darüber hinaus, sie sind dann durchsuchbar, sie sind eben in Form von miteinander vernetzten Portalen, stehen sie Ihnen zur Verfügung. Das ist ganz klar, Sie wissen, dass alle Datenbanken heute diese Portale bieten Ihnen natürlich wesentlich mehr Chancen, wenn Sie miteinander verlinken und Zusatzinformationen geben, als wenn Sie irgendwie bloß ein Buch als PDF hineinstellen, selbst wenn es durchsuchbar ist. Also das heißt, Retro-Digitalisierung bedeutet nicht nur allein etwas einscannen und dann lesbar machen als PDF, sondern sollte eigentlich auch weiter darüber hinaus führen, Klammer auf, was natürlich wieder auch zusätzlich kostet, nichtsdestotrotz. Wir haben ganz erhebliche Retro-Digitalisierungsbemühungen, allen voran hat hier die Göttinger SOB eine Vorreiterrolle, nicht nur national, sondern teilweise kann man auch durchaus sagen europäisch, ist also immer in den allen möglichen europäischen Forschungsprogrammen eben drin an führender Stelle und auch derzeit, was Open Access Data zum Beispiel angeht, Forschungsdaten. Auch das übrigens in Frage der Retro-Digitalisierung bislang wenig diskutiert worden, aber auch das gibt es, gibt ja alle möglichen an Forschungsdaten und medizinischen Daten, astrophysikalische, alles was Sie sich vorstellen können, was schon da ist, aber nicht zur Verfügung steht für andere. Aber das, wie gesagt, steht nochmal auf einem anderen Blatt und wenn Sie wollen, können wir das später in der Diskussion vielleicht nochmal vertiefen, wenn da noch Interesse besteht. Wir haben auf der anderen Seite aber noch nicht nur die Wissenschaft im Sinne von Bibliotheken und im Sinne von Akademien oder Max-Planck-Institute, die sind jetzt hier nicht erwähnt, aber bei denen ist es genau dasselbe, Helm, Holz, Leibniz, wie sie alle heißen, sondern wir haben natürlich auf der anderen Seite auch die sogenannten Verwerter, das heißt die Verlager im Wesentlichen. Hier allen voran der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der die meisten Verlage eben vereinigt und die bemühen sich natürlich genauso, Retro-Digitalisierung durchzufinden. Vielleicht hat der ein oder andere, der bei Springer schon mal veröffentlicht hat, in den letzten Tagen ein Schreiben bekommen vom Springer Verlag, in dem es nämlich justament darum geht, dass die Rechte von früheren Werken dem Springer Verlag eingeräumt werden, sodass also Springer sein eigenes Repository, eben sein eigenes Archiv etablieren kann. Vielleicht hat der ein oder andere per Zufall das gesehen, das ist jetzt massenhaft an alle möglichen Autoren verschickt worden, also da ich selber auch Autor im Springer Verlag gewesen bin, deswegen weiß ich das, dass es in den letzten Wochen etwa die Aktion losging. Also Sie sehen, die Verlage selber bemühen sich auch, diese Schätze zu heben und es sind nicht nur Verlage, über die wir hier reden, obwohl wir aus der Wissenschaft natürlich im Wesentlichen an das Buch denken oder an das Journal oder ähnliches. Ausgangspunkt war interessanterweise weniger das wissenschaftliche Buch als der Film. Der Film und vor allen Dingen TV-Sendungen. TV-Sendungen, das sind unsere öffentlich-rechtlichen Senderanstalten, waren eben zum Teil die ersten, die aus ihren Archiven diese Schätze heben wollten und die ins Internet zugänglich machen wollten. Natürlich, Klammer auf, eventuell mit Werbeeinnahmen verbunden oder was auch immer. Sie kennen das vielleicht Mediathek, haben Sie schon mal gesehen, vielleicht im Internet, ARD und ZDF etc. Also die waren zusammen auch mit den Filmproduzenten eigentlich eine der ersten, die hier an Retro-Digitalisierung und ähnliches herangehen wollten. Das geht bis zurück in die Stummfilmzeit, in der man eben Sachen zugänglich machen will. Das betraf auch unser früheres Institut hier mit wissenschaftlichen Filmen, das ja nun leider abgewickelt worden ist oder beziehungsweise immer noch, ich weiß nicht, ob sie inzwischen schon fertig sind, aber jedenfalls in Liquidation befindlich, leider Gottes. Aber die hat das genauso betroffen. Last but not least hat vielleicht der ein oder andere das mitbekommen, wie vor ungefähr zwei Jahren Google sich anschickte, alles was irgendwie nur verfügbar war, zumindest auf dem US-amerikanischen Markt, einzuscannen. Einzuscannen zur Digitalisierung, lesbar zu machen. Also wie gesagt, im Sinne auch von OCR, also Open Characters Recognition, das heißt der Texterkennung von PDFs, eben durchsuchbar zu machen. Also nicht nur allein als Bild, das Ganze als PDF, sondern tatsächlich eben recherchierbar zu machen. Und wenn Sie sich vor Augen halten, dass die US-Amerikaner insgesamt eigentlich fast alles an Literatur haben, und was überhaupt global verfügbar ist, wenn Sie alles insgesamt nehmen, also sämtliche Bibliotheken der USA, können Sie sich vorstellen, was aus dieser Plattform Google Books eventuell draus geworden wäre. Und vielleicht haben Sie es auch mitbekommen, dass da ein Rechtsstreit tobte, vor einem amerikanischen Gericht, in dem selbst das Bundesjustizministerium dann Stellung dazu genommen hat, all dieweilen natürlich unsere deutschen Verlage beispielsweise vehement dagegen vorgegangen sind, dass hier die Bücher, die in deutschen Verlagen erschienen sind, dort retro-digitalisiert wurden und dort eben eingescannt und verfügbar gemacht wurden. Klammer auf, selbst meine eigene Dissertation war da plötzlich drin, die ich also bei Google Books gefunden habe, das sieht man als Autor natürlich mit einer gewissen Freude, aber natürlich wundert man sich auch und so weiter von Google, habe ich nie irgendwie ein Schreiben bekommen, geschweige denn von meinem Verlag, ob ich damit überhaupt einverstanden gewesen wäre. Also urplötzlich war das da drauf. Man konnte es also wunderbar recherchieren. Das heißt also, Google Books als Plattform sozusagen für breitflächiges Scannen und Retro-Digitalisieren ist ein Phänomen, das Ihnen zeigt, wie Google eben versucht, auch im Rahmen des Contents eben hier Fuß zu fassen in den einzelnen Märkten. Google ist übrigens aber auch in Deutschland aktiv. Also es ist nicht so, dass das jetzt auf USA beschenkt wäre. Es gibt eine allerdings nicht zugängliche Vereinbarung, beispielsweise mit der, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, der Bayerischen Staatsbibliothek, in dem Google eben die Aufgabe übernimmt, alles einzuscannen und dort zu retro-digitalisieren von dieser Bibliothek. Was da als Gegenleistung besteht, das entzieht sich alles meiner Kenntnis. Wie gesagt, das ist eine, soweit mir jedenfalls bekannt, geheime Vereinbarung. Also mehr als dass Google da tätig wird und die Zusammenarbeiten, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das wissen vielleicht manche Insider hier besser als ich, aber wie gesagt, das war bislang nicht zugänglich. So, was ist denn nun eigentlich da überhaupt problematisch da dran? Ich meine, legen wir das Buch da drauf und scannen es durch und dann wird es halt ins Netz gestellt. Schön, prima. Klingt so, also das wäre die Position Piratenpartei. So ganz so einfach ist es leider nicht. Denn wir haben ja natürlich an allem, was eine geistige Schöpfungshöhe erreicht. Das ist erstmal der Grundsatz im Urheberrecht. Sie müssen eine geistige Schöpfungshöhe erreichen. Und von meinem Informatiker zu meinem Leidwesen, der Bundesgerichtshof in den 80er Jahren, hat zum Beispiel gesagt, Programme sind niemals geistige Schöpfungshöhe. Das ist was Bagatelles, was ihr da macht. Das ist nichts Intellektuelles, was ihr da produziert. Ruft bei Informatikern immer Begeisterungsstürme hervor, wenn sie hören, sie sind nicht besonders geistig und kreativ. Aber das war damals Bundesgerichtshof. Es ist inzwischen alles wie der Schnee von gestern. Die EU hat das anders geregelt. Aber das, wie gesagt, nur kleine Exkurs am Rande. Wir haben aber jedes Werk, was also eine geistige Schöpfungshöhe erreicht, genießt den urheberrechtlichen Schutz. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es bei irgendjemandem registriert ist. Das heißt, in dem Moment, wo Sie etwas schreiben, kann auch ein Artikel sein, Aufsatz, Buch, egal was. Und es ist irgendwie auch nur ein bisschen geistig kreativ. Anforderungen sind relativ gering, muss man fairerweise sagen. Aber in dem Moment genießen Sie urheberrechtlichen Schutz. Also es ist nicht so wie bei Patenten, weit verbreiteter Irrglauben, bei vielen in der Bevölkerung, dass man denkt, das muss doch irgendwo eingetragen sein. Nee, überhaupt nicht. Das weltweite Urheberrechtssystem, selbst in den USA inzwischen, die das früher etwas anders machten, selbst in den USA erfordert keine Registrierung. Nichts. Es entsteht also per se. Zweitens, Sie haben recht lange Schutzfristen auf diesen Sachen drauf. Zurzeit, jetzt, Herr Glattl, korrigieren Sie mich, ich sage es aus dem Gedächtnis raus, 70 Jahre nach dem Tod des Autors. So, jetzt können Sie mal zurückrechnen, wann ein Werk gemeinfrei wird. Ja, gemeinfrei heißt, dass keine Rechte mehr drauf sind. Also wenn man vorsichtig ist, also wenn man extrem ist, kommt man zum Datum von 1880. Da können Sie in etwa sicher sein, dass es gemeinfrei ist. Selbst da gibt es noch Leute, die behaupten, das sei immer noch nicht ganz sicher. 1920, 1930 geht wahrscheinlich eventuell so Pi mal Daumen. Aber 1940, 1950 wird schon äußerst kritisch. Sie müssen sich vorstellen, da müsste der Autor 1950 schon gestorben sein, plus 70 Jahre. Dann haben Sie schon wieder 2020, wäre also immer noch nicht gemeinfrei. Nehmen Sie die Werke von Thomas Mann beispielsweise ähnliches, ist alles nicht gemeinfrei. Da liegen immer noch die Urheberrechte drauf. So, das bedeutet, wenn ich was retrodigitalisieren will, und das Ding ist also immer noch urheberrechtlich geschützt, brauche ich bestimmte Rechte, die der Autor, Schrägstrich, derjenige, der die Rechte hat, also Verlag, Verwerter, mir einräumen muss. Das fängt an bei der ersten Frage, wie sieht es denn aus mit dieser Umformung in digitale Formate? Klingt so jetzt ein bisschen merkwürdig, weil Scannen ist ja nur Scannen, da passiert ja eigentlich nichts. Kann sein, muss aber nicht. Also wenn man entsprechende Werke nicht nur einscannt, sondern auch umarbeitet, mit Metadaten versieht oder ähnliches, kann das unter Umständen schon, wenn das dann verändert wird in seinem geistigen Inhalt, kann das schon eine Bearbeitung sein im Sinne von 23 Urhebergesetz. Ist allerdings, muss man fairerweise sagen, sehr, sehr selten der Fall. In der Regel ist die reine technische Umwandlung in ein anderes Format frei. Das heißt, das ist also keine Bearbeitung. Also das berühmte auch zum Beispiel MP3-Umwandeln, ähnlich wie ein PDF-Umwandeln, das ist alles nicht urheberrechtlich relevant. Es gibt allerdings, wie gesagt, auch sehr beschränkt Ausnahmen, die man sich denken kann. Viel wichtiger ist hier das Recht auf Vervielfältigung und das Recht auf Öffentliche zugänglich machen. Das Recht auf Vervielfältigung ist nämlich hier auch impliziert, denn in dem Moment, wo Sie ein Werk einscannen, vervielfältigen Sie es. Sie stellen eine Kopie davon her. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Erst recht, wenn Sie es auf dem Server draufstellen, ist das Ding auch eine Kopie. Das heißt, in dem Moment brauche ich das Recht zur Vervielfältigung. Paragraf 16 Urhebergesetz, da komme ich nicht drum herum. Genau dasselbe gilt für das Recht auf Öffentliches zugänglich machen, das ist das spezifische Internetverbreitungsrecht. Das brauche ich nach 19a Urhebergesetz, wenn ich es eben der Allgemeinheit via Internet einer Öffentlichkeit zugänglich machen will. Das perfide daran ist, was ist Öffentlichkeit, nur mal am Rande bemerkt, nach der zugegebenermaßen etwas antiquierten Rechtsprechung genügen dafür schon 15 bis 18 Personen, die sich nicht gegenseitig kennen. Jetzt können Sie das mal auf jedes Intranet hochspielen. Sie können es hier auf Stund-IP hochspielen oder was auch immer. Da haben Sie automatische Öffentlichkeit. Also selbst wenn Sie einen geschlossenen Benutzerkreis haben, der über 20, 30 Personen hinausgeht, kommen Sie bereits gefährlich in die Nähe dieses öffentlichen Zugänglichmachens. Das kann also relativ flott gehen. Das ist leider im Moment immer noch State of the Art. Ob sich da mal was ändern wird im Sinne einer Redefinition des öffentlichen Zugänglichmachens, das werden wir erst sehen in Zukunft. Das heißt, diese Rechte brauchen Sie alle. Und dann haben Sie natürlich das Problem, wenn hier die Nutzungsart Internet bzw. öffentliche Zugänglichmachens erst seit 1995 überhaupt bekannt ist. Das heißt, in irgendwelchen Verträgen mit Verlagen, mit Verwertern oder vielleicht auch mit der Universität steht nichts drin dazu. Und das bedeutete, nach früherer Lesart, das ist inzwischen geändert worden im deutschen Urheberrecht, aber erst seit ungefähr drei bis vier Jahren circa, haben wir früher keine Übertragung von unbekannten Nutzungsarten ex ante gehabt. Das heißt, nehmen Sie wieder den Fall meiner Dissertation, bis zu dem, was ich Ihnen gleich vorstellen werde, bis zu diesen Neuerungen im Gesetz, war es sowohl dem Verlag als auch jedem anderen untersagt, meine Dissertation im Netz öffentlich zugänglich zu machen, weil ich diese Rechte, die waren eben damals nicht bekannt, überhaupt nie eingeräumt habe. Ergo geht es nicht mit der Retro-Digitalisierung, weil niemand diese Rechte hatte. Sie verstehen es bis dahin? Jedem klar? Ich gucke nochmal in die Gesichter rein. Jo, ne? Das heißt also, wenn ich heute etwas Retro-Digitalisieren will, ins Netz stellen will, sofern es, wenn es nicht gerade gemeinfrei ist, denken Sie nochmal daran, diese lange Dauer, dann muss ich die Rechte holen. Ich muss mir die Rechte einräumen lassen. Wenn Sie das aber heute machen, und Herr Glatzel, der hier anwesend ist, der Referent für uns in der Akademie der Wissenschaften, kann ein Lied davon singen, wenn Sie versuchen, die Rechteinhaber hier ausfindig zu machen, finden Sie die meistens nicht mehr. Suchen Sie mal einen Autor, selbst von 1970 oder 1975. Es ist in unserer mobilen Gesellschaft ja nicht so, dass die immer am selben Ort bleiben. Und ob das mit der Einwohner-Meldeamt und alles immer funktioniert, ist auch eine andere Frage. Ob die überhaupt noch leben, ist die nächste Frage. Die können auch schon längst gestorben sein. Und die Erben interessiert das überhaupt nicht. Die wissen manchmal noch gar nicht davon, haben sich deswegen auch niemals irgendwo gemeldet. Das heißt, das Ergebnis ist, wir haben es mit sogenannten verwaisten, im wahrsten Sinne des Wortes, verwaisten Werken zu tun. Man weiß, dass da Rechte drauf liegen, aber man findet die Rechteinhaber nicht mehr. Man weiß nicht, wer diese Rechte einräumen kann. Sie können also niemanden fragen. Ergebnis wäre, wir sind blockiert. Wir können nichts machen. Werden wir sehen, ob das wirklich so ist, ob es da nicht auch Lösungen dazu gibt. Davon bitte schon zu unterscheiden, was etwas ganz anderes ist, sind die sogenannten vergriffenen Werke. Das heißt, dort haben wir nach wie vor einen Rechteinhaber. Typischerweise zum Beispiel einen Verlag, also dem die Rechte übertragen worden sind, Publikationen, Verfehlfältigen etc. Aber der Verlag oder wer auch immer, erdruckt es nicht mehr. Nehmen Sie ruhig wieder den klassischen Fall von Dissertationen oder Habilitationen. Klammer auf, will sowieso keiner lesen. Gibt es auch nur mit Druckkostenzuschüssen. Die üppig dann eben ausfallen. Und wenn Sie dem Verlag dann sagen, bitte druck doch nochmal meine Habilitation, dann ernten Sie in der Regel nur ein müdes Lächeln. So ist mir auch passiert. Meine Habilitation, völlig vergriffen. Aber der Verlag will jetzt nicht sagen, wer es ist. Hat gesagt, naja, wenn du uns nochmal 12.000 Euro gibst, ist es in Ordnung. Dann drucken wir es nochmal. Wir haben uns geeinigt, ich habe die Rechte alle wiederbekommen vom Verlag, er hat drauf verzichtet und so weiter. Denn heute macht es der SUB-Verlag hier und schwuppdiwupp wird es wieder bezogen, die ganze Geschichte. Aber das sind eben die sogenannten vergriffenen Werke. Das ist was anderes als die verwaisten Werke. Das muss man also wohl im Kopf behalten. Auch wenn es manchmal eben zusammen in einen Topf geworfen wird. Was sind jetzt die Risiken? So nach dem Motto, naja, ist ja nicht so schlimm, machen wir trotzdem. Mal gucken, was dann passiert. Nun ja, die Risiken sind zum einen Schadensersatzansprüche nach § 97 Urhebergesetz, die berühmt-berüchtigte Lizenzanalogie, die dahinter steckt. Das heißt also, wenn man es trotzdem macht, wird man so behandelt, als hätte man eine Lizenz in Anspruch genommen. Das heißt, man muss alles das bezahlen, was eben sonst bei der Einräumung einer Lizenz anfallen würde. Das kann ganz beträchtlich sein. Es kommt eben im Einzelfall darauf an, wie es berechnet wird. Schlimmer noch, was den Leuten eher noch den Angstschweiß in die Stirn treibt, sind die strafrechtlichen Sanktionen. Deswegen bin ich immer vorsichtig, einem Fachpublikum irgendwas darüber zu erzählen. Aus dem einfachen Grund, weil sie dann nämlich bösgläubig werden. In dem Moment, wo sie bösgläubig werden, könnten sie unter Umständen ja vorsätzlich handeln. Zumindest bedingt vorsätzlich. Und das reicht aus, dass sie dann mit einem kleinen Beinchen zumindest im Gefängnis stehen. Denn Urheberrechtsverletzungen sind nun mal strafrechtlich bewährt. Das heißt, wenn Sie einen Staatsanwalt haben sollten, der des Urheberrechts mächtig ist, Fußnote, davon gibt es nicht sehr viele in Deutschland, dann sozusagen könnten Sie es tatsächlich riskieren, dass Sie eben strafrechtliche Sanktionen bekommen, vom Ermittlungsverfahren. Ist zumindest theoretisch denkbar. Praktisch findet das Anwendung, das kennen Sie, haben Sie vielleicht vor vier, fünf Jahren, war das noch sehr akut, dass zum Beispiel Softwareanbieter oder auch Musikanbieter zum Teil mit 30.000 Strafanzeigen an einem Tag versuchten, gegen die Anbieter eben von, oder gegen die Täter von solchen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie alle bloß jetzt über das Strafrecht gehen wollten. Das Problem damals war ganz einfach, dass nur die Staatsanwaltschaften in der Lage waren, die entsprechenden Auskünfte über die Identität der Rechtsverletzer zu bekommen. Deswegen war das damals so, dass wir massenweise diese Anzeigen im strafrechtlichen Bereich hatten und damit die Staatsanwaltschaften, im wahrsten Sinne des Wortes, lahmgelegt wurden. 30.000 Anzeigen, das müssen Sie erst mal verarbeiten. Gut, ist heute aber, wie gesagt, durch die Einführung von Auskunftsansprüchen im Urheberrecht nicht mehr ganz so relevant, hat abgenommen. Aber im Prinzip ist es da. Und mancher Behördenleiter oder Bibliotheksleiter fragt sich dann, soll ich wirklich dafür ins Risiko gehen? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Nächstes Problem, was wir hier haben, ist die Störerhaftung. Das heißt, nicht nur Schadensersatz, also für die Vergangenheit, was an Schaden entstanden ist, also nicht nur, dass man ein bisschen so vielleicht eine Geldbuße bekommt oder ein bisschen Gefängnis bekommt, sondern es ist auch für die Zukunft. Sie dürfen das dann nicht mehr. Sie müssen das unterlassen. Sie dürfen etwas dann nicht mehr ins Netz reinstellen. Es darf nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Das ist die sogenannte Störerhaftung. Sie sehen aber hier unten darunter Relevanzfragezeichen. Und das ist sozusagen dann die Beruhigungspille für alle, wiederum die in Bibliotheken etc. zu tun haben. Und das ist das etwas, was ich dann wie so eine Art Mediziner als Jurist Ihnen auch sagen muss, naja, wo kein Kläger, da ist halt kein Richter. Das heißt, die Frage ist, inwiefern ist das tatsächlich in der Praxis relevant? Wir haben eigentlich wegen Retrodigitalisierung, wenn keine Verlage involviert sind, bislang kaum Verfahren irgendwie feststellen können. Also das heißt, die eigentlichen Rechteinhaber von diesen verwaisten Werken oder Erben, mir ist jedenfalls kein einziger Fall bekannt, wo sie tatsächlich eben dann an eine Wissenschaftsorganisation, Bibliothek oder sowas herangetreten wären und gesagt haben, hier Schadensersatz oder bitte strafrechtliches Verfahren oder ähnliches. Das ist mir jedenfalls bislang nicht bekannt. Relevant ist es eher, wenn Verlage mit im Spiel sind. Das ist eine andere Schoße, weil die eben, wie gesagt, selber in ihrem Rahmen ihrer Geschäftsmodelle die Retrodigitalisierung gerne vollführen möchten. Stichwort, was ich vorhin sagte, Rundschreiben eben vom Springer Verlag als bestes Beispiel dazu, die eben selber ihre Archive, ihre Repositories eben gründen wollen, mithilfe eben auch der Rechte, die sie dann selber haben über die Verlage. Dort ist es relevant und damit haben wir im Wesentlichen bei dem Bereich der Wissenschaftsorganisationen, aber auch teilweise eben der Bibliotheken vehement zu tun. Was gibt es jetzt nur für Lösungsansätze? Und jetzt kommt leider erstmal die etwas schlechte Botschaft für die Wissenschaftsorganisationen und für Universitäten. Das ist nämlich das, was damals im sogenannten zweiten Korb vor ungefähr vier, fünf Jahren eingeführt wurde. Das ist nämlich der 137L-Urhebergesetz. Und zwar nämlich eine Fiktion der Einräumung von Rechten an Verwerter, wenn Rechteinhaber nicht innerhalb von einem Jahr widersprochen haben, und zwar nach Inkrafttreten des Gesetzes, das ist natürlich inzwischen längst eingetreten, nach 2008, wenn es nochmal neue Nutzungsarten sind, also wenn es noch irgendwas anderes als Internet geben sollte, wer weiß, dann innerhalb von drei Monaten bei weiteren unbekannten Nutzungsarten. Das bedeutet, meine Damen und Herren, wenn wir einen Verlag haben, nehmen wir wieder meine Dissertation, die ich 1993 veröffentlicht habe bei dem Deutschen Verlag. Da stand nichts drin von Internet. Wenn ich dann nicht innerhalb eines Jahres bei diesem Verlag widersprochen habe, dann gelten diese unbekannten Nutzungsarten als eingeräumt, und zwar dem Verlag. Das hieß, das bedeutete für uns beispielsweise bei der Akademie der Wissenschaften, dass wir mit Mann und Maus in die Archive gerannt sind, versucht haben, in Verlassverträgen rauszukriegen, wer der Autor war, und dann die Autoren versucht haben, anzuschreiben und darum zu bitten, zu widersprechen. Ansonsten haben die Verlage automatisch diese Rechte bekommen. Sie können sich vorstellen, dass uns das, sonst wären es keine verwaisten Werke, nicht geglückt ist, meistens. Natürlich nur bei denen sie dann auch irgendwie habhaft werden konnten, sodass also die Landschaft doch immer sehr zerstückelt war. Ganz kleinen Moment. Die Landschaft war insofern immer sehr zerstückelt. Da stellen Sie sich vor, ein großes Buch, großes Wörterbuch mit Herausgebern. Sie haben was weiß was, 20 Autoren. Wir müssen gar nicht von 150 reden. Sie brauchen bloß 20. Neben von denen haben Sie mit Sicherheit ein Drittel, was Sie nicht finden können, wenn das Werk älter. Und es muss gar nicht so lange her sein, wenn das Werk älter als 10, 12 Jahre ist. Dann haben Sie schon Probleme, kommen Sie an die nicht ran. Mit dem Ergebnis, dass wir dann vielleicht zwei Drittel der Autoren ansprechen konnten. Und davon war dann wieder auch nur ein Drittel der Autoren überhaupt bereit, einen Widerspruch einzulegen. Weil nämlich das andere Drittel hat überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Es ist vollkommen klar, wenn Sie denen nämlich so ein Schreiben erstmal schicken, dann denken Sie sich, was? Sie wollen meine Rechte irgendwie nehmen? Das will ich jetzt überhaupt nicht. Und ohne, dass Sie begriffen haben, dass wenn Sie gar nichts tun, nämlich Ihre Rechte automatisch weiterwandern. Sie haben also auch ganz erhebliche Verständnisprobleme hier in diesem Bereich, wenn man über Urheberrecht redet mit Autoren, mit Kreativen, mit Schaffenden in diesem Sektor. Selbst an meiner juristischen Fakultät, wenn ich mal rumgefragt habe, wie viele denn mal Ihre Lizenzverträge gelesen haben, kommen Sie auf einen erschreckend geringen Prozentsatz. Der also zeigt, wie marginal dieses Verständnis eben vor Urheberrecht ist. So, jetzt habe ich die ganze Zeit Ihre Frage unterdrückt. Fiktion ist, weil Sie nie richtig eingeräumt wurden. Eine Einräumung von Rechten bedeutet ja, Sie haben einen Vertrag und ich als Autor, ich weiß, was ich tue. Ich räume die Rechte dann, die Nutzungsrechte, also wir Verwertungsrechte und Rechte auf öffentliche Zugehörige machen, räume ich dann meinem Verlag ein. Aber hier passiert ja gar nichts. Die sind ja nicht mal da. Sie wissen ja gar nicht, wo die sind. Wer weiß, ob die nicht ausgestorben sind, die Autoren oder sonst was. Deswegen kann da niemand was einräumen. Das ist eine reine Fiktion, die eben da stattfindet. So, also das unschöne Ergebnis, wie gesagt, ist das aus Sicht der Wissenschaftsorganisation unschöne Ergebnis, dass plötzlich die Rechteinhaber, die Verlage hier in einer guten Position sind, die Verwerter, weil sie nämlich im Prinzip erstmal die Rechte haben. Das gilt aber nur für Werke ab 1965. Für Werke davor, und das ist eine ganze Menge, gilt es nicht, weil es nur sich im Urhebergesetz befindet. Warum der Gesetzgeber das nicht erstreckt hat auf Werke davor, ist mir ein Rätsel. Wir haben es damals thematisiert, ist aber nicht im Bundestag aufgenommen worden. Man betrachtet das damals nur als so eine marginale Vorschrift, die keine Bedeutung habe oder nicht so wichtig sei. Doch, es war so. Und deswegen ist das vielleicht ein bisschen unter den Tisch gefallen. Das hat man erst später dann realisiert, im weiteren Verlauf auch des Gesetzgebungsverfahrens, aber dann war es schon fast zu spät. Das Zweite, was jetzt den Verlagen aber wiederum auch Probleme ganz erheblicher Natur bereitet, und weswegen diese Norm mehr oder minder in der Praxis doch etwas entwertet ist, es gilt eben nur, wenn nicht einem Dritten die Rechte vorher eingeräumt worden sind. Das heißt also, es gibt, man kann sich den Fall vorstellen, nehmen Sie wieder meine Dissertation, ich sehe, aha, unbekannte Nutzungsart, ich gehe jetzt im Jahr 2001 hin und vergebe meine Rechte auf die Internetpublikation dem XYZ-Verlag, aber nicht meinem alten Promotionsverlag. So, das bedeutet jetzt, trotz Fiktion der Rechteeinräumung kann mein Promotionsverlag nicht sicher sein, ob ich nicht einem Dritten vorher diese Rechte eingeräumt habe. Er muss also im Prinzip de facto eine Recherche durchführen, ob einem Dritten diese Rechte eingeräumt worden sind, wenn er wirklich auf der sicheren Seite sein will. Das kann er nicht. Dazu müsste er wieder wissen, wo ich überhaupt lebe, er müsste mich fragen, ein wenig sozusagen die Rechte gegeben habe, etc., das kann er genauso wenig, als wenn er mich direkt fragt. Also ist das schon mal der Pferdefuß hier der ganzen Geschichte, weswegen der Praxis das auch erheblichen Probleme bereitet und weswegen zum Beispiel Springer diese Rundschreiben macht. Weil sie nämlich sonst, kleinen Moment, sonst nicht wüssten, jetzt nochmal die Rechte eingeräumt bekommen, weil ihnen der 137L alleine nicht ganz hilft. Ich habe gefragt, der FUB wurde ja auch Rechte übertragen, in einigen Autoren aus der Universität. Und ich hatte neulich überlegt, wie verhält sich das, wenn wir das jetzt mal umsetzen, muss ich den Autor wohl nochmal, bei dem nochmal anfragen, ob er bei seinem Verlag auch wem auch darüber informiert hat, ob ich da nicht bin. Richtig, sind Sie. Nehmen wir es, machen wir es konkret. Sie haben ein Autor gehabt, jetzt die erste Frage, wann wurden Ihnen diese Rechte eingeräumt? Also es gab ja zwei Teilen, einmal die 137.2007. Genau, das ist hier. Ja, genau. Und das hängt eben davon ab, da müssten Sie wissen, wenn Ihnen die Rechte eingeräumt worden sind, hat der Autor auch gleichzeitig widersprochen bei seinem früheren Verlag. Wenn das der Fall ist, sind Sie auf der sicheren Seite. Wenn es nicht der Fall ist, haben Sie ein Problem. Ja, das ist das Problem. Ohne Widerspruch kann es Ihnen passieren, dass der alte Verlag Ihnen gegenüber auftritt und sagt, unterlassen Sie das mal, plus Schadensersatzanspruch und so weiter und so fort. Das kann Ihnen passieren. Deswegen in diesen Fällen kann ich auch nur den SUB-Verlagen und allen möglichen anderen sagen, die damit befasst sind, auch dokumentieren, wo der Widerspruch ist gegenüber dem alten Verlag. Ohne das geht es, wie gesagt, nicht. Da fällt das zurück. Das Ganze ist verknüpft mit Ansprüchen auf eine Vergütung, die aber nur über Verwertungsgesellschaften gelten gemacht werden können. Das heißt also nicht über den einzelnen Rechteinhaber. Gut, das ist ja auch verständlich. Wenn Sie ein verwaistes Werk haben, was soll denn ein Vergütungsanspruch, wo der einzelne Rechteinhaber, der Erbe sich gar nicht mehr dafür interessiert. Irgendwann mal kommen die auf die Idee, da war was, wenn die Kisten vom Dachboden runtergeholt werden. Und dann können Sie so, dann werden die Vergütungsansprüche besser vorher über eine kollektive sogenannte Verwertungsgesellschaft, also VG Wort oder GEMA, das haben Sie schon mal gehört, auch wenn es immer so die Bösewichte sind. Aber das sind sogenannte Verwertungsgesellschaften. Die sammeln also kollektiv diese Ansprüche auf Vergütung ein. Das geht also nicht kostenlos an die Verlage über. Ja, unklar ist die ganze Sache nach wie vor, ob es sogenannte einfache oder auch schließliche Rechte sind. Das wäre sozusagen für Sie, SOB-Verlag, Uni-Verlag wäre es dann in Anführungszeichen wieder die Rettung in solchen Fällen. Aber wenn es nur einfache Rechte wären, die dann der Verlag hätte im Rahmen der Fiktion, es gibt für die Nicht-Juristen nochmal schnell erklärt, es gibt einfache Rechte, das heißt, ich darf etwas dann machen, aber ich darf jemand anderen es nicht untersagen. Ausschließliche Rechte bedeutet, ich darf es machen und darf gleichzeitig jeden anderen untersagen, dasselbe zu tun. Also bei einfachen Rechten heißt es, es können alle möglichen Leute, können das auch machen, die Internetpublikation, aber sie können nicht sozusagen einem Dritten das untersagen. Und der Witz ist natürlich jetzt hier, was heißt denn das mit dieser Rechteeinräumung? Sie können sich vorstellen, dass die Vertreter, die mehr aus der Urheberrechtsfraktionen kommen beziehungsweise mehr von der Verlagsposition her kommen, dass sie klar sagen, das sind ausschließliche Rechte, womit sie ihnen das untersagen könnten. Wenn sie es aber als einfache nehmen, dann wären sie sozusagen frei, da was zu tun. Aber das ist bis heute nicht geklärt. Ja? Ja. Das kommt drauf an, ob da wieder Verlag dann reagiert. Weil das ist mein, mit der Mitteilung, der Auto hat uns hier die... Dann können Sie, wenn er sich nachher doch auf die Hinterbeine stellt, können Sie höchstens sagen, es ist ein Rechtsmissbrauch, weil gegen treu und Glauben, er hätte mal vorher reagieren müssen. Aber an der grundsätzlichen Rechtsposition ändert es nichts. Das muss ich leider so sagen. Da kann man nur sagen, es gibt kein Verschulden, also das heißt, Schadensersatz entfällt bei Ihnen, straffällige Sanktionen entfallen auch, weil Sie haben ja versucht, was zu tun und die haben nicht reagiert. Aber es würde nichts daran ändern, dass wenn der Verlag nachher sagt, unterlassen Sie das in Zukunft, dass Sie es dann machen müssten. Also da ist Schweigen, also Schweigen, selbst im kaufmännischen Geschäftsverkehr, gilt nur unter bestimmten Bedingungen als Zustimmung. Da muss es Verhandlungen vorher gegeben haben und wenn dann der andere Teil darauf schweigt, dann ist es gut. Aber sofern Sie einfach nur ein Schreiben losschicken und die reagieren dann nicht darauf, hat es juristisch gesehen keine weitere Bedeutung. So, unklar ist, und das ist bislang noch wenig thematisiert worden, und da wollen wir in Zukunft nochmal was Schönes zu machen. Wenn die Verlage nämlich die Rechte bekommen, ist es im Verlagsrecht bei Printpublikationen beispielsweise so, dass Sie innerhalb einer bestimmten Frist diese Rechte ausüben müssen. Also Sie müssen drucken dann. Sie müssen was tun. Ansonsten fallen nämlich die Rechte wieder zurück an den Rechteinhaber. Jetzt kann man natürlich, was der Gesetzgeber überhaupt nicht gesehen hat und auch nicht thematisiert hat, kann man sich natürlich überlegen, was passiert denn, wenn unser Verlag jetzt die Internetrechte bekommen hat, aber er tut nichts. Er publiziert nichts. Und da sind wir der Auffassung, dass man hier Verlagsrecht analog anwenden kann. Das heißt, wenn nicht innerhalb von zwei oder drei Jahren, das ist die verlagsrechtliche Frist, dann tatsächlich eine Internetpublikation kommt, dann fallen die Rechte trotz Übertragung wieder zurück. Ich gebe zu, es ist ein kleiner Kunstkniff, aber der hat doch etliches für sich und wir haben das mit verschiedenen Vertretern schon mal besprochen, da scheint was dran zu sein. Also wir haben das schon erlebt, dass sie mit Verlagen verhandelt haben und die Verlage sahen sich zumindest damals technisch und organisatorisch nicht in der Lage, die Rechte, die ihnen sozusagen zustanden, dann aufgrund der Einräumeinfektion wahrzunehmen, auszuüben. Das gibt es. Gerade kleinere und mittelständische Verlage, die können das manchmal nicht. Ja und dann kann man sagen, nach zwei Jahren, zwei, drei Jahren, wenn ihr die Rechte nicht ausübt, analog Verlagsrecht, fällt es wieder zurück. Aber wie gesagt, das ist im Moment eine Sache, die man diskutieren kann, die ist also keinesfalls jetzt irgendwie Bundesgerichtshof etc. keinesfalls eine gesicherte Rechtsposition, sondern nur eine Idee. Ja, dann kommt es wiederum zum Schwur, worauf wir auch letztens erst gestoßen sind, das Ganze gilt nicht für die DDR-Rechte. Das heißt, wenn wir DDR-Publikationen haben, das fällt alles nicht in unseren 137L, weil das Urhebergesetz, das bundesrepublikanische Urhebergesetz, ja nicht in der DDR galt. Ja und nach dem Einigungsvertrag gilt das auch nicht rückwirkend. Das heißt also, alles, was in der DDR zwischen 19... überhaupt publiziert worden ist, unterfällt nicht dieser Fiktion. Mit dem Ergebnis, dass sie wieder eine völlig unklare Rechtslage haben, was sie mit denjenigen machen, das sind nicht gerade wenige, gerade in der Wissenschaftslandschaft ist doch etliches, Berlin-Brandenburgische Akademie beispielsweise, etliches passiert und da wissen wir überhaupt nicht, was wir damit machen sollen. Wir haben für die Uni selber ganz beschränkte... Ja? Vorsicht! Die DDR hörte auf 1989-1990. Also in dem Moment, wo wir sie wieder hatten, da gilt natürlich das deutsche Urhebergesetz und da haben wir ganz klar 1995 die Linie ab da, das ist eine bekannte Nutzungsart, aber das unterfällt dann ganz normal im deutschen Urhebergesetz. Ja? Das ist die Periode bis 1989-90. Ne? So, wir haben beschränkte Lösungen hier über 52a, 52b, Urhebergesetz. Was meinen diese Paragrafen? Keine Sorge, sie werden mit keinen weiteren Paragrafen zugeschüttet. Der 52a ist das E-Learning, beziehungsweise zu Forschungszwecken, das zugänglich machen von kleinen Teilen eines Werkes, also nicht das Ganze. Also eine komplette Retro-Digitalisierung können sie darüber auch für geschlossene Forscher-Benutzerkreise können sie nicht schaffen. Das Ganze hängt dann daran, dass es kontrollierbare, geschlossene Benutzerkreise sind, was einem manchmal auch Probleme an der Universität eben bereiten kann. Also wenn Unis das öffnen möchten, also für alles Mögliche, dann muss ich ganz, muss ich leider sagen, ist das nicht ganz so einfach. Und Podcasts zum Beispiel von jeder Vorlesung zu machen und dann sind dann plötzlich urheberrechtlich relevante Materialien mit drin, dann kann ich nur sagen, mal Telefonanruf bei Lehrschul Spindler hilft. Das ist nämlich nicht so ohne weiteres zulässig. Das ist auch etwas, was viele Kollegen leider Gottes völlig verkennen. Wenn sie komplette Fotos beispielsweise, Fotos ist so eine beliebte Sache, wenn sie die mit eins blenden und mit ihrer Präsentation mit einziehen und sie stellen das dann nicht nur über Stutt-IP zur Verfügung, sondern jedermann haben sie ein welbrechtliches Problem. Das muss man leider so deutlich sagen. So, wir haben noch 52b, das ist für unsere Bibliotheksvertreter hier inzwischen sattsam bekannt mit elektronischen Leseplätzen. Ist leider eine völlig verunglückte Regelung, die aus dem europäischen Recht zu uns kommt, die uns deswegen auch nicht großartig hilft. Warum? Weil sie nämlich nur ein Werk, nur was sie in ihrem Bestand haben, ein Werk nur retrodigitalisieren dürfen. Also ein Zugriff in dem Werk im Bestand. Und das darf auch nur in den Räumlichkeiten der Bibliothek sein. Ich weiß, dass der Deutsche Bibliotheksverband das manchmal ein bisschen anders sieht und das etwas sehr breit interpretiert im Sinne von virtueller Campus und so. Aber sorry, die europäische Rechtlinie ist da ziemlich deutlich, das sind Räumlichkeiten. Das heißt also, hier der Bildschirm, an dem ich sozusagen das Digitalisat dann lesen darf und auch nur in Höhe der Anzahl der, dass im Bestand drin ist. Sie können also hier nicht 15 Bildschirme aufstellen und ein Digitalisat über 15 Bildschirme zugegeben machen. Das geht nicht. Und dann haben wir noch das weitere Problem, wenn die Verlage selber Ihnen das zur Verfügung stellen über ihre eigenen Portale, das ist noch höchst umstritten und hängt gerade vom Europäischen Gerichtshof, wie das dann, diese Norm zu lesen ist, ob Sie dann das überhaupt noch dürfen. Aber das ist, wie gesagt, hängt gerade es ist noch nicht abschließend entschieden. So, jetzt habe ich hier eine Frage und dann nochmal Sie vorhanden. Nein, läuft weiter. Wird demnächst, also es gibt ein Agreement zwischen den Fraktionen, das wird verlängert. Also der 52, 52, da brauchen Sie keine Sorge zu haben, Problem ist nur, was müssen wir zahlen. Da hängt es also im Moment, aber das Agreement, das ist vom Tisch. Er wird nicht komplett entfristet. Also er wird nur verlängert. Also das heißt, nochmal eine Befristung hinten dran. Was dann, wie lange genau, das kann ich Ihnen nicht sagen, das ist ja noch nicht mal jetzt als Gesetzesentwurf, ist ja noch nicht mal da. Das wird also in das Artikelgesetz mit reinkommen, wahrscheinlich zusammen mit dem Leistungsschutzrecht und verlagern. Wachende kommt. Geht bei dieser Einmaligen zur Verfügungstellung die Möglichkeit oder das kann ich nicht? Also wenn ich zum Beispiel im Movie alle möglichen digitalisieren ich stelle das auf dem Server und gehe aber davon aus, dass das die mehr als einmal gleichzeitig genutzt wird, das hilft mir gar nicht? Nein, das hilft Ihnen nichts. Nein. Sie müssen das auf einen Leseplatz beschränken. Okay. Das ist das Problem. Also im Prinzip sieht es, also wenn man es wirklich ganz ernst nimmt, diese Vorschrift sieht es so aus, dass Sie hier einen Rechner haben, der sozusagen gesondert ist, also nichts Serverlösung. Der hängt hier nur an einem Terminal dran. Pro Buch. Feierabend. Das ist wie gesagt eine ziemlich unverständliche Regelung, die also auch regelungstechnisch gesehen ziemlich verunglückt ist, aber Sie können daraus ermessen, also je verunglückter solche Regelungen sind, desto mehr lässt das auf heftige Lobbyismusbemühungen im Hintergrund schließen. Von allen Seiten. Dann haben Sie jetzt über Büchern noch jetzt gesprochen, teilweise die Bücher zu erzielen. Ja. 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 Sofern es eine geistige Schöpfungshöhe erreicht, alles was sogenannte Werke sind, das können also Gemälde sein, alles mögliche, was Sie sich vorstellen können. Ja, wobei Gemälde zu digitalisieren, naja, dann sind wir schon wieder in anderen Bereichen drin, aber das würde ich im Prinzip auch drauf verstecken. Dann auch die Leistungsschutzrechte, dürfen Sie nicht vergessen, also schon das Anfertigen eines Fotos ist ein eigenes urheberrechtliches, ein eigener urheberrechtlicher Schutz. Auch das übrigens weit verbreitete Irrtum, also wenn Sie die Mona Lisa abfotografieren, ist die Mona Lisa gemeinfrei. Da gibt es, klar, der ist schon ein bisschen länger tot, ja, aber das Foto davon, das ist wieder urheberrechtlich geschützt. Ja, also deswegen, was viele Kolleginnen und Kollegen hier denken, ja, dass sie irgendwelche Fotos verwenden könnten ohne weiteres, weil das ist ja schon längst tot, ja, das ist nicht so. Das Foto selber ist dann nämlich geschützt. Dasselbe gilt für Musik, ja, die Tonträger, ja, wenn Sie also ein altes Werk haben, was weiß ich was, ja, sind wir auf der sicheren Seite, nehmen wir gleich Bach, ja, wenn Sie den auf einer neuen CD wieder haben und einspielen, dann haben Sie zwar die Komponistenrechte logischerweise nicht mehr, schon längst tot, aber Sie haben das Leistungsschutzrecht der Musiker und Sie haben das Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers. Die bestehen nach wie vor, ja, und die entfallen auch erst nach der entsprechenden Schutzfassung. Ja? Bei einem Foto konkret zu der Frage, ist das dann das Recht des Fotografen? Ja. Wenn ich selber ein Foto mache, Richtig. Bei der Mona Lisa dann kann ich... Das ist was anderes, das ist was anderes, aber das Foto vom Foto machen, das geht zum Beispiel wieder nicht. Ja? Das ist das Recht des Foto, Fotografierenden, ja, im Rahmen, kleinen Moment, im Rahmen sozusagen von Musik, des Musikschaffenden, ja, des Künstlerinterpreten und das noch zusätzlich des Tonträgerherstellers. Dasselbe haben wir beim Film, ja, also auch wenn Kameramann, Drehbuchautor, das sind alles Autoren, ja, das sind alles Urheber, die an einem Film dranhängen, auch wenn die alle schon verstorben sind, nehmen Sie Stummfilm, können Sie trotzdem noch ein Leistungsschutzrecht des Filmeherstellers da dran haben. Das ist denkbar, ja? Gut, für den Stummfilmbereich für Deutschland stimmt es jetzt nicht, ist es nicht passend, weil es damals zu der Zeit als Stummfilme gemacht worden sind, gab es die Leistungsschutzrechte nicht, das ist alles viel später eingeführt worden, aber theoretisch, ja, können Sie das sozusagen in extenso in diesen Leistungsschutzketten eben weiterspielen. Deswegen muss man bei der Retrodigitalisierung immer höllisch aufpassen, was alles retrodigitalisiert wird, was da sozusagen mit drin ist, weil, wie gesagt, nehmen wir unsere Portale mit Kirchenbildern, also Bilder von Kirchenfenstern beispielsweise, müssen Sie aufpassen, das Bild, das Foto von dem Kirchenfenster ist unter Umständen wieder geschützt. Da kommen Sie nicht drum herum. Selbst wenn Sie zum Beispiel die Rechte von den Autoren sich haben einräumen lassen, aber Sie haben die Fotografen vergessen, können Sie unter Umständen in ein Problem hineinlaufen. So, hatte ich jetzt noch, äh, pardon, Entschuldigung. Geltend, diese Urheberrechte auch für solche Sachen, wie zum Beispiel ein Musikinstrument, weil Sie sprechen eben von der Musik? Ja, ähm, das Musikinstrument selber eher nicht, also das ist dann so der Bereich des Handwerks, also wenn es dann tatsächlich so in Kunsthandwerk übergeht, dann sind wir so an einer Schnittstelle. bei Kunsthandwerk kann es was werden, aber sozusagen das reine handwerkliche Können, das schützen wir nicht. Ja, also so teuer das auch sein mag, ja, aber selbst ein Stradivari oder ähnliches dürfte also jetzt nicht unbedingt eine geistige Schöpfungshöhe im Sinne von Kreativität erfassen. Kann man sich aber zugegebenermaßen wahrscheinlich im Einzelfall lange drüber streiten. Ja, wo bin ich stehen geblieben? So, jetzt, was gibt es denn noch für Lösungsansätze? Wir waren jetzt sozusagen nur auf der Ebene des nationalen Rechts mit 137L. Das Ganze können sich aber gerade im Rahmen der Europäaner, also dieser Schaffung der europäischen Bibliothek, können sich vorstellen, dass das nun keineswegs nur ein auf Deutschland beschränktes Problem ist, so dass man versucht hat, auch in anderen Nationen, in Europa, nach Lösungswegen für dieses generelle Problem zu suchen. Die Skandinavier nehmen da hierbei eine besondere Rolle ein und das ist so ein bisschen der Blueprint geworden für viele Reformbestrebungen im In- und Ausland, denn die Skandinavier haben schon seit langer Zeit eine kollektive Lizenz durch Verwertungsgesellschaften. Das heißt also eine Art Zwangslizenz, die den Urhebern, also der verwaisten Werke, in Anführungszeichen, aufgedrückt wird, also nicht, die Verlage das bekommen, die Verwerter, sondern die Verwertungsgesellschaften haben dann die Möglichkeit, diese Lizenz dann anderen einzurollen. Das geht also nicht den Zwischenweg, wie wir das machen, über Verwerter, Verlage und so weiter und so fort mit allem, sondern da geht es praktisch direkt, das Recht an verwaisten Werken wird der kollektiven, der Collectives, Collecting Societies, wie es im Englischen heißt, wird es überantwortet und die lizenzieren dann weiter. Das hieß ja jetzt, wenn wir so einen Weg jetzt hätten in Deutschland, würde es für uns auch bedeuten, wir müssten zur VG Wort hingehen oder VG Bild und die würden uns dann die Rechte zur Retro-Digitalisierung einräumen. Es wäre also nicht so, dass die Wissenschaftsorganisationen, die Bibliotheken jetzt per se selber das alles machen könnten, sondern wir müssten uns diese Rechte holen. Das ist jetzt keine Nachricht, aber es funktioniert ganz gut dort, also soweit ich, was ich jedenfalls gehört habe. In Deutschland ulkigerweise findet sich das schon, denn die VG Worten, auch die VG Bild und Herr Glatze, haben wir nicht noch eine andere Verwertungsgesellschaft gehabt, die das auch so macht? Bei der GEMA weiß ich es jetzt nicht, aber VG Wort und VG Bild machen das so. Die bieten Ihnen an ebenfalls eine Lizenzierung und zwar für Werke vor 1965. Denken Sie daran, diese Übertragungsfiktion, über die ich Ihnen vorhin erzählt, referiert habe, die gilt für die Zeit von 1965 an, nicht davor. So, was machen wir mit den Werken davor? Sinnigerweise, VG Wort sagt, geben wir euch eine Lizenz und, was für die Universitätsbibliotheken oder andere Wissenschaftsorganisationen, Archive wichtig ist, wir stellen euch gleichzeitig von der Haftung frei. Das heißt, selbst wenn jemand ankommt und sagt, ich habe hier die Rechte da dran, dann werdet ihr von allen Ansprüchen durch uns freigestellt. Nun ist es leider aber so, ich meine, die VG Wort wandert nicht für Sie ins Gefängnis. Also strafrechtlich geht das natürlich nicht, aber, solange Sie sich nicht weiter darum kümmern, bleiben Sie gutgläubig, das heißt also, das strafrechtliche Risiko tendiert ja auch gegen Null, wenn Sie das Modell der VG Wort machen. Allerdings, das gilt nur dann, nach der VG Wort, wenn die Rechte nicht einem Verlag eingeräumt sind. So, damit sind wir wieder drei Schritte vor und zwei zurück. Das heißt also, es führt uns unter Umständen auch nicht ganz viel weiter und für die spärlichen Juristen unter uns, das Problem ist natürlich, dass die VG Wort kann auch nur solche Rechte vergeben, die sie bekommen hat. Ja, die hat sie aber niemals bekommen. Die hat sie niemals durch irgendwelche Wahrnehmungsverträge bekommen. Wie wollen Sie Rechte, das war Ihre Frage vorhin nicht, Rechte eingeräumt, auch die VG Wort muss die Rechte eingeräumt bekommen haben, ja, von dem Toten, wo dessen Erben nicht bekannt sind, von wem will sie die Rechte haben. Das ist eine Sache, es funktioniert in der Praxis, sagen wir es mal so, aber wie der Jurist so schön sagt, eine saubere Lösung ist es nicht. Aber wie gesagt, für 99,9% der Fälle, ja, gerade für Universitätsbibliotheken und so weiter, das hilft, ja, oder Akademien und dann ansonsten schauen wir einfach mal weiter, was passiert. So, es gibt aber inzwischen einen richtigen Vorschlag der EU zu Orphans Works, der, und daran können Sie mal sehen, dass es gar nicht so heftig mehr umstritten ist, sonst gäbe es den nämlich nicht, also das Urheberrecht gilt immer als eine der umstrittensten Rechtsmaterien, also in Parlamenten, also schlimmer ist nur noch angeblich nach Aussagen im Bundestagsabgeordneten nur noch die Pharmazieindustrie, aber dahinter kommt dann sozusagen schon der Clash im Bereich Urheberrecht. Diese Richtlinienvorschlag, sozusagen in der Nutshell, folgt so ein bisschen in dem ehemals kanadischen Vorbild, in dem man sagt, wir machen es nicht über Verwertungsgesellschaften mit einer kollektiven Lizenz, sondern wir drehen an dem Schräubchen Sorgfalt. Denn alle Haftung, alle Verantwortlichkeit hängt natürlich davon ab, ob man sorgfältig gehandelt hat. Und das war natürlich jetzt immer die Frage für uns früher, wie weit müssen wir recherchieren, was muss ich tun? Im Extremfall ganz lange und sie sind sich nie sicher, ob sie tatsächlich was machen dürfen. Und jetzt ist die, naja, sagen wir mal, die Minimallösung des EU-Richtlinienvorschlags, was man sagt, wir definieren jetzt mal und teilweise wird es den Mitgliedstaaten aber auch überlassen, wir definieren, was eine sorgfältige Recherche ist. Und wenn ihr das einhaltet, seid ihr ein Safe Harbor, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das sieht also Pi mal Daumen so aus, dass man also ungefähr sechs, sieben Monate lang recherchieren muss, allenfalls, und vor allen Dingen in Datenbanken, die dann eben zur Verfügung gestellt werden. Wie die genau auszusehen haben, was man da macht, was das für Standards sind, das, wie üblich, wird den Mitgliedstaaten überlassen. Das heißt, das ist überall dort, wo es dann wieder schwierig wird, das dürfen wir dann selber lösen. Ein bisschen polemisch formuliert. Das heißt, es setzt eine Datenbankrecherche voraus und das ist eben noch sehr viel unklar, ob der Börsenverein des Deutschen Buchhandels diese Datenbank allein aufsetzt, wie das zum Beispiel mit Auslandspublikationen aussieht, ob die einbezogen werden, in welcher Form die einbezogen werden, ob es dann in Frankreich, England zentrale Datenbanken gibt, was machen sie mit chinesischen Publikationen und so weiter und so fort. Alles das ist noch ein bisschen unklar, aber das ist der grundsätzliche Ansatz, dass man versucht, hier zurande zu kommen mit der Definition der Sorgfalt. So, last but not least, dann sind sie erlöst. Noch ein paar kleine weitere Problemfelder ist die Digitalisierung eins zu eins. Das habe ich ja schon ansatzweise schon ein bisschen ausgeführt, vor allen Dingen hier mit den Fotografien, den Leistungsschutzrechten, selbst bei gemeinfreien Vorlagen. Aber bei der Digitalisierung eins zu eins ergeben sich auch noch kleine nasty Problems. Wenn Sie nämlich aus einem Journal, einer Zeitschrift oder einem Sammelband eins zu eins etwas übernehmen, ist auch der Titel des Journals mit drin oder der Titel eines Sammelbandes. Für die Zitiergenau, für das Zitiergenaue Digitalisieren. Das Dumme an der Geschichte ist nur, es gibt eigenständige Titelschutzrechte der Verlage. Also wenn Sie jetzt meinetwegen von mir irgendwie einen Aufsatz der neuen juristischen Wochenschrift oder irgendwas von 290 oder irgendwas nehmen, dann können wir das alles schön digitalisieren, aber ich darf nicht drüber schreiben neue juristische Wochenschrift. Geht nicht. Kann ich nur reinschreiben, ist erschienen in neue juristische Wochenschrift, das war es, aber das darf nicht mit drauf. Dann können Sie unter Umständen hier in Probleme hineinrennen. Dasselbe gilt, wenn Sie für Bücher nehmen, wenn Sie irgendwelche eigenen Verlagsleistungen drin haben, die unter Umständen dann über Wettbewerbsrecht, unlauterem Wettbewerb als sogenannte sklavische Nachahmung oder Übernahme fremder Leistungen qualifiziert werden können. Das ist noch ein weites Feld und auch ziemlich ungeklärt bis heute, ob zum Beispiel Sachregister den Verlag erstellt hat. Wenn Sie das alles mit einscannen und retrodigitalisieren, übernehmen Sie unter Umständen, das ist ja nicht mehr der Urheber mit dem Sachregister, sondern das war der Verlag dann, ob Sie dann zwar nicht im Urheberrecht drin sind, aber unter Umständen unlauterem Wettbewerbsrecht, weil Sie etwas ausbeuten, was ein anderer gemacht hat. Wie gesagt, bislang alles ziemlich ungeklärt. In der Praxis sieht es im Moment so aus, just do it. Und wir hoffen mal, und man versucht eben dann über Vereinbarungen mit Verlagen und Kompromissen dann einigermaßen hinzukommen. Manchmal ist es so, dass man Joint Ventures macht, dass man dann seinerseits eben bestimmte Rechte hat, also wie beispielsweise Akademie der Wissenschaften, dass man dann sagt, lieber Verlag, du weißt es ja auch nicht, wie es mit deiner Rechtssituation aussieht. Also irgendwo sitzen wir beide im selben Boot, also machen wir so etwas wie ein Cross Licensing. Das heißt also, wir lizenzieren uns gegenseitig alle verfügbaren Rechte. Dafür darfst du Verlag dann machen, aber dafür dürfen wir dann auch machen. Also das hilft manchmal in der Praxis, allerdings nicht immer. Und Sie sehen ja, was ich mit Springer Verlag angeführt habe. Wir werden sehen, die Verlagslandschaft bewegt sich ja auch sehr. Und wir werden sehen, wie das alles weiterführt. Das weiterführende Thema wäre dann noch, wie es Zukunft aussieht mit Wissenschaftsschranken, generell für die Wissenschaft, wie es aussieht mit Zweitveröffentlichungsrechten, etc. Aber das ist dann alles in Zukunft gerichtet und das will ich Ihnen ersparen. Insofern greift jetzt hier der urheberrechtliche Erschöpfungsgrundsatz bei Ihnen ein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat Sie ein bisschen interessiert. Applaus Vielen Dank. Applaus